Hallo Leute! Willkommen bei der Sims 4 Altertums-Challenge. Dies ist Teil 6. Noah ist noch ganz benommen von dem Stromschlag. Plünder mal die Teile, denn du wirst diese Teile noch brauchen. Ah, und ich sehe schon da oben in der Ecke, Dala ist schon sehr, sehr schwanger. Ja, wirf das mal weg und dann koch das mal fertig. Ja, koch das mal fertig. Na, er ist schon ganz schön benommen. Vielleicht sollte ich ihn auch gleich mal ins Bett schicken. So, hier, koch das mal fertig. Probier das doch mal. Morgen ist das sonst schlecht. Wir probieren es noch einmal, okay? Nein, nicht an die Werkbank. Also gut, dann, wir gucken mal, wie es Dala so geht. Eigentlich ganz gut. Dann könntest du sie mal aufwecken und ihr könntet ein Techtelmechtel machen. Denn du brauchst ja auch ganz dringend Spaß. Wie kommt eigentlich die Schule? Ah, das ist von der Schwester. Die hat die Hausaufgaben vergessen, dass die das immer wieder machen. So, Romantik. Aber wir machen da nicht lange rum, weil ihr seid ja beide müde und Noah ist auch benommen. Und dann, so, macht ihr ein kleines Techtelmechtel. Ja. Das dauert jetzt nicht mehr lang mit dem Baby. Ja, ja. Wunderbar. Wollte ich hier irgendwas bauen? Wer ist denn da zu Besuch? Mitten in der Nacht? Aha, die Vampirin. Was macht denn die hier? Naja, wie gut, dass das eine gute... Oh, die Wehen haben eingesetzt. Na prima. Mitten beim... Mitten beim Techtelmechtel. Na sowas. Ja, dann, bekomm mal dein Baby. Ach, und wie üblich habe ich keinen Namen so richtig parat. Jetzt ist auch noch die Pinnwand voll. Gut, es muss aber irgendwas Altertümliches sein. Da wird mir schon was einfallen. Ein Junge. Okay, dann nenne ich ihn Titus. Also es ist nicht so, dass ich nicht über Namen nachgedacht habe. Nur habe ich ihn gerade nicht da liegen gehabt. Okay, dann still doch mal dein Baby. Und rede mit ihm. Liebkose es. Ja, schaukeln. Schaukeln. Okay. Und dann darfst du ins Bettchen gehen. Und ist die Vampirin da immer noch? Nö, die ist weggegangen. Gut. Ich weiß jetzt auch wieder, was ich bauen wollte. Und zwar für die Werkbank eine Hütte. Eine Werkhütte. Ich weiß nicht so recht, ob ich die irgendwo am Haus anbauen soll. Weil das stört sonst, glaube ich, beim Gameplay. Höchstens hier so ein kleines Ding. Naja, wenn die Wand hoch ist, dann kann man hier den Durchgang nicht sehen. Höchstens, wenn ich es hier vorne hin mache. So. Und dieses Gras woanders hin. Gut. Ich denke mal, das mache ich einfach mal schnell. Okay. Und das könnte ich auch hier hin tun, das Gras. Das muss hier nur eine sehr kleine Hütte sein. Ja, den brauchen wir nicht. Nur, dass die Werkbank reinpasst. Mit einer billigen Tür. Oh, die kostet nur 60 und die kostet 90. Tja. Und die kostet nur 50. Die ist viel hübscher. Nehmen wir die da. So. Zack. Jetzt sollte ich natürlich schon. Eigentlich ist das ein Holzschuppen. Ich versuche mich mal an hellem Holz. So. Gibt es das auch in hell? So vielleicht. Ja. Gut. Die Britterbude. Und als Dach machen wir, naja, so ein kleines, rotes Dach, was da so dran giebelt. So. Nein. Dicht Dach meine ich. So. Okay. Schnell rot gemacht. Und vielleicht auch noch hier mit diesen weißen Rändern. Braucht das ein Fenster? Na, eigentlich ja schon. So ein kleines machen wir da hin. Und zwar in Richtung Haus und Garten, damit man da eventuell auch mal rausgucken kann. Gut. Ja. Das muss jetzt reichen. Und die Tür, die schließe ich jetzt erst mal ab für jeden. Und wenn ich dann will, dass die was bauen, dann schließe ich die mal vorübergehend auf. Ah, und bei der Gelegenheit wollte ich eigentlich dieses Hausaufgabenheft wegnehmen. Ach. Das lege ich mal hier in die Ecke. Oder da draußen hin. Gut. Da hängt es jetzt in der Luft rum. Hm. Aber besser als auf dem Tisch. Jo. Jetzt habe ich ganz vergessen, einen schönen Screenshot zu machen. Aber das kann ich ja auch machen, wenn die wieder aufgewacht sind. Oh. Stopp. Stopp. Jetzt lasse ich mal den Papa aufstehen und die Windeln wechseln. Und die Dana muss anscheinend super dringend auf die Toilette. So. Oh. Oh, er ist immer noch krank. Beziehungsweise schwindelig. Schaukel mal dein Baby und liebkose es. So. Ja, und jetzt pirsch ich mich mal an zu den Screenshots. Lara, du wirst jetzt gerade hier nicht gebraucht. Das ist viel zu früh am Morgen. Ja, ich denke mal irgendwie so könnte was draus werden, ja. Schieben wir uns jetzt nochmal so richtig schön hin. Ja, sehr gut. Möglicherweise ist das ja schon der Erbe der Familie, wenn das mit den Kuhpflanzen zum Teenie-Geburtstag gut geht. Vielleicht haben wir in dieser Generation ja mehr Glück. Ja, so. Eigentlich ist es schon morgen. Ja, dann können sie eigentlich auch gleich wach bleiben. Ja, sind praktisch ausgeschlafen. Das Baby... Na ja, wird vielleicht bald wieder hungrig sein, das Baby. Dann kann die Mama es ja stillen. So. Und... Ja, du bist jetzt fertig mit dem Baby. Dann kannst du das jetzt aufräumen. Denn das stinkt jetzt. Und dann gucken wir mal in den Kühlschrank. Da kannst du auch aufräumen. Dann kannst du dir ein Würstchen nehmen. Aha, da hat er auch schon was in der Tasche. Jo. Ja, wie schön wertvolle Frösche die haben. In meinem englischen Let's Play, da kämpfen die mit 30 Euro Fröschen rum. Aber die wollen die auch essen. Weil es... Weil eine davon Vampir ist. Und dann musst du dich dringend um deinen Garten kümmern. Super dringend. So, alles ernten. Ich mach das mal alles ein bisschen schneller. Da, da... Geht es eigentlich ganz gut. Das Baby schläft. Dann könnte sie... Erstmal langsamer machen. Nicht, dass wir hier zu viel Zeit verlieren. Ein realistisches, großes Gemälde soll es immer machen. Ah, das Baby schreit. Moment, stopp. Mama, dein Typ ist verlangt. Fütter mal den kleinen Titus und mach dann den ganzen Rest. So. Angurenreden. Schaukeln. Und danach kannst du weiter malen. Ich hab inzwischen übrigens auch zwei Tempel gebaut. Eine Pyramidenanlage und eine Erdgöttin... Ein Erdgöttinentempel. Das muss ich nochmal hier in der Welt platzieren, die beiden. Und dann, ich würde sagen, wenn das Baby zum Kleinkind geworden ist, dann können sie auch mal teure Fische angeln oder teure Pflanzen züchten und teure Kristalle sammeln, um die dann in den Tempeln zu opfern. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich diese Spielregel schon erklärt habe, Die können also die Überlebenschance ihrer Kinder verbessern, indem sie nicht nur eine bestimmte Summe Geld verdienen, bis die Teenager sind, sondern die müssen auch zwei wertvolle Sachen an zwei unterschiedlichen Tempeln opfern. Und... Ja, jetzt würde ich sagen, ist erstmal Babyzeit und danach sollten die Opfergänge in Angriff genommen werden. So... Noah, du könntest hier auch noch weiterentwickeln. Da, wo es geht... Ah, die haben schon bald eine gute Qualität. So, was haben wir hier? Ja, noch nicht. Da, die da. Und... Ja, ich denke mal, ist es schon soweit, dass er züchten kann. Gartenarbeit Level 4? Nee, beim nächsten Level kann er dann züchten und dann kann er die Drachenfruchtpflanzen in die... in Basilikum und Co. reinzüchten. Und dann wollen wir bis dahin vielleicht auch noch mehr angebaut haben. Ja, es gibt viel zu tun, Kinders. Ja, hast du schön gemalt. Kannst du gleich verkaufen. Noah kann hier nicht. Ja, jetzt... Dala kann gleich mal weitermalen, solange das Baby schläft. Oh, Gurgadani, Blippa. Narumu Krikis. Okay. Jo, und Noah, du machst ein kleines Nickerchen, weil dir so schwindelig ist. So, Nickerchen machen. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal einen Cut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.